Hallo zusammen, hier nur eine kleine Ankündigung und zwar morgen am 6.11. werde ich um 20 Uhr wieder mit Mutality und den Jungs zusammen Legend of the Sword Coast spielen. Oder Sword Coast Legends. Dieses Mal allerdings die Kampagne. Also nicht so ein sinnloses Geschnetzter wie letztes Mal, dieses Mal ein wenig strukturierter. Hoffe ich zumindest. Denn ehrlich gesagt fand ich es ein bisschen, naja, es war ein bisschen fad. Einfach nur durch den Dungeon zu laufen und dann immer die Sache entgegengeworfen zu bekommen. Aber er hatte auch nicht so viel Zeit. Also Doc Ratti hatte ja den Dungeon Master gemacht und er hatte nicht so die Möglichkeit, da sehr viel im Voraus zu planen. Das soll jetzt allerdings ein bisschen anders sein und ich bin schon gespannt drauf. Das heißt, wenn ihr mitgucken wollt, einfach morgen Samstag, 6.11. 20 Uhr auf Twitch. Bei meinem Channel. Ist alles unten verlinkt. Und die anderen hoffentlich auch, wenn ich es nicht vergesse. Die werden nämlich auch wieder streamen. Ich bin mir nicht sicher, ob Doc Ratti auch streamt. Dann könntet ihr den Dungeon Master aber über die Schultern gucken und ich denke, das wird er nicht machen. Also bei ihm wahrscheinlich erst nachträglich. Aber bei Mu und Nossi und Co, da müsstet ihr auch parallel reingucken wollen, wenn ihr mal deren Perspektive sehen wollt. Also dann, bis denne.